so heute testen wir für euch die blackbox ladykiller ein neuer 2018 35 schuss hat uns 32 euro gekostet ist eine richtig geile batterie gold mit blinker gerade und im fächer so ich trauenhaft schön auch maximum fast 495 gramm 25er und 30er kaliber 35 sekunden ja und dann viel spaß im test der blackbox ladykiller und dann kann man das gleiche und dann kann man das gleiche um und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020